Ehrlich? Oder die, die ich weiß? Bratkartoffeln, die nerven mich schon. Bei Doris? Keine Ahnung. Du kennst mich einfach nicht. Was weiß ich? Ja, du willst nach Dubai. Ja, schön. Skorpion. Schütze. Löwe. Er ist Zwilling. Was bin ich? Zwilling? Natürlich nicht. Moment, er ist Jungfrau. Also Patiks Sternzeichen ist Schütze. Antonias Sternzeichen ist... Dorises Sternzeichen ist Witter. Ne? Zupfer. Löwe. Witter. Skorpion. Fisch. Steinbalkonien. Skorpion. Oh, endlich. Gold. Eisblau. Eisblau, genau. Deine ist Pink. Grat. Rosa. Ja, seine Lieblingsfarbe ist Armeegrün. Ich hasse Armeegrün, ja. Da muss ich immer... Weiß mehr, ne? Nein, du stehst völlig auf diese Neonfarben. Auf Grün, ja? Pink. Blau. Ja, Pink bei ihr. Bei dir, glaub ich, schwarz, ne? Im Ausland zu leben, glaub ich. In so ner Finca. Also ich mein, unser Traum ist natürlich irgendwann mal eine eigene Familie zu haben, eigenes Haus, Kinder, Tiere. Mhm. Also er möchte international erfolgreich werden in seiner Monsequik. Dein Lebenstraum ist, glaub ich, auch reich zu sein. Ja, du willst nach Dubai. Ja, stimmt. Mario lebt den vielleicht schon und ich möchte ganz gerne natürlich Oma werden, wenn das funktioniert. Wir wollten noch mal in Las Vegas kitschig heiraten. Was isst ihr hier gern? Salat mit Scampi. Koch. Das war doch Gulasch gewesen, oder? Das war Gulasch. Doch, das war Gulasch. Ja, das war Gulasch. Natürlich war's Gulasch. Ähm. Ähm. Allerliebste Lieblingsgericht von Patrick ist tatsächlich ein ganz stinknormales Fleischgießbegle. Bei Mario ist es Schnitzel. Bei dir Pizza, glaube ich, oder Panzerotti. Pizza. Sauber. Gericht. Oh, sie hat viele. Ja. Aber mehr so jetzt Sushi und in die Richtung. Ja. Fisch und so weiter. Bei mir ist das was. Ja, seine Bratkartoffeln nerven mich schon. Meine Ex-Partner kann ich mit Finger abzählen bei ihm. Ich glaube, hast du überhaupt eine Liste geführt, Isi? Nee, keine Ahnung. Ja, also. Zwei. Ehrlich, oder die, die ich weiß. Keine Ahnung. Ich glaube, wir haben noch nie drüber gesprochen. Über deine Vergangenheit, Pilot. Model, Pilot? Du kennst mich einfach nicht. Wollte ich denn Modeln fragen? Was weiß ich? Superstar. Oh. Ich weiß es. Ich weiß es. Patricks Traumberuf war auf jeden Fall Archäologe. Ja. Bei mir war es Archäologe. Ich glaube, bei dir war es Tierarzt. Ja, richtig. Fußball-Kofi. Singen. Sänger bei dir. Tanzen. Tanzen hab ich mehr geliebt, wie singen früher. Mhm. Also Polizist. Und bei ihr ist es, sie wollte, glaube ich, eine Designerin oder eine Psychologin werden. Psychologin. Psychologin. Bei ihr schminken. Kosmetik ist genau ihr Ding. Du hast keine Homies. Du hast auch keine Homies. Jetzt rein war nur rum. Heute hab ich's. Keine Ahnung. Sein Hobby ist Telefonieren. Und zwar 24 Stunden am Tag. RTL Plus schauen geht das auch? Ja. Trash. Trash. RTL Plus. Ich glaube das ist so das Hobby von Antoni. Ja. Aposteln Sie jetzt. Sein Hobby. Abonniert. Ja. Ja. Und zwar, da gab es ja. Wägen. Ja.